Was geht ab meine Freunde, hier ist euer Argilos, this is 40A. Heute mal wieder ein bisschen Zombie, nachdem FIFA ja so fehlgeschlagen ist. Ah ja, okay. Mit Mr. Chibi und GB Bank. Guter. Servus, Guter. Die FIFA war voll abgespackt. Ey, nur Fehler dieses Missgeburtenspiel. Ich hab mir das einfach mal im Stream ey, das ist so scheiße gewesen. Ja? Ja. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab noch mal kurz reingeguckt, aber es hat mir so viel Zeit gehabt. Na, musst du auch nicht gucken. Nee. Hast du das rausgenommen? Nee, ich glaub ich lass es einfach drin, scheiß drauf. Ja. Ist dir eigentlich egal. Prüchte ich. Ja, ich glaub ich bin schon seit drei, seit 15 Uhr am Zocken. Und der krass, hat so früh Schluss gehabt, wa? Ja, um Viertel vor eins ungefähr. Hm, na cool. Ja, Schäfer, Schäfer, cool drauf. Naja, wenn ihr mit der Baustelle fertig seid, dann bitte verändern. Sehr schön. Ich bin jetzt ja eigentlich Level 1, bin ich bei euch auch Level 1? Ja. Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Acht nach, das wäre ich ja. Ja, aber du hast es neben der Einzelnen Fall nach oben, deswegen. Nein, nein, das ist das. Das ist das Zeichen, wo du bei Level 1 hast, Matthias. Wir haben ja auch das, das ist wirklich so. Wir haben ja auch die Zeichen, wo wir, wo wir totally sind. Und das Level 1 Zeichen ist einfach nur ein Fall nach oben. Geiler. Hauptsache, er hat seine Waffen noch. Ja, das ist jetzt auch alles weg. Ja, das bin geil. Gall, genau. Ich finde es auch geil. nix mehr goldene waffe jungen alles wieder von vorne du hast gerade versucht anzurufen ich war in der tiefgarage und da habe ich nur empfangen bist ein unfreundlicher mensch ich wollte nur sagen ich wollte nur sagen ich auch ich auch jetzt der fein springt über dem gebiet ab auf den himmel hatte wohl ein bisschen meine mine gelaufen genug aufgewärmt bereithalten für den einsatz im kriegsgebiet muss man auch ganz anders da ihr mut zur lücke das letzte lebende menschliche team gewinnt ja kann ja eigentlich ja ist ja jetzt nur ein hinkriegen kontakt ja noch ein lassen auf jeden fall ein dreier team ich will doch schon schuss alle ziele im einsatz keine was noch ist da oben doch eine kiste hier ist noch eine wo auch Geld hat er geklaut langsam Junge muss aufpassen oben drauf sind sie hier drüben ja von da siehst du es nicht geworden wenn dann nur von oben scheiße der eine oben drauf ist ich war ich war ich war nein da kommt vielleicht jemand oben einer ist tot wer wollte die treppe hochkommen habe ich gesagt du nicht stimmt da konnte jetzt der bastard das war ich ich habe nur 15 schuss das hast du du hast das sturmgewehr ja gar nichts der ist oben drauf der hohen sohn nicht schießen ist der eine jetzt tot? der andere hat hochgeguckt und hat auf mich geschossen ja dann müssten wir den eng schwaschen weil der ist nur alleine ich habe genügend um den gordon zu holen doch geht schon aber es kann weiter liegen ja die spitzen bei euch warte ja ich müsste eh weiter laufen erst mal und dann warten wir hier gerade noch hier ist auch noch eine lupe ja lass uns erst kopfgeld rum kommen dass wir jetzt noch irgendwas wo wir aufheben können ich tausche gerade noch eine waffe nee gordon wir gehen jetzt können wir ja das gut die ist aber schon auf die sind auch hier drin immer da hier hinter der mauer dann lass uns doch jetzt weiter und wieder richtung lupe bisschen lupe dahinter ja der ist ganz hinten kontakt ach du holst und beinahe der hat doch eben geschossen ja wollen wir das auto nehmen hm ich weiß nicht ich habe mir jetzt mal einen muni ach stimmt ja da ist ja muni drin das ist ja aber jetzt dass wir irgendwo ein zombie ach du bist von einem feindlichen team verfolgt Jemand in Dresche hieran? Alter, schon wieder. Oh, leck mich doch, ehrlich. Ist immer noch hinter uns, der. Ehrlich? Ja, anscheinend schon. Brücke vor! Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Hat schon wieder geschossen, oder? Die Smart Stix gehört. Bebündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Komm, die Bedrohung ist höher bei mir. Ja. Okay. Keine Ahnung von wo? Von hinterher, hier, von da. Das ist schon schnell ins Haus. Oh Gott. Ich bin drin, die ist auch noch. Oh, ich bin total geblendet. Oh, ich bin total geblendet. Oh, pick dich, Mann. Picks auch. Ich hab alles für dir geguckt, und dann kommt er von der anderen Seite. Ich hab Zeit mehr gehabt, hoch zu gehen. Ich hab dich nicht mit mir. Ich hab dich nicht mit mir geschossen. Ich hab dich nicht mit mir geschossen. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Der ist direkt auf meinem Kopf gewesen. Der ist direkt auf meinem Kopf. Du bist ein Zombie geworden, aber du kannst immer noch dem Team helfen und den Feinden... Dein Teammitglied ist ein Zombie! Du verlierst deinen Boden! Oh ja, ey, was ist denn das? Was ist denn das? Was war denn das jetzt? Gelandet und waren direkt welcher, oder was? Ja! Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Das ist doch mal wie der Abfahrkopf zählen, Alter! Dein Teammitglied ist wieder ein Mensch geworden! Ich glaube, ich denke, Shibu, bei dir, Kai. Ich glaube, ich bin Shibu. Nein. Ja, okay. Ja, hinten bei der Lupe sind sie noch. Da sind die von eben. Ein bisschen Geld wäre jetzt gut. Achtung, Zombie. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Bist du auch wieder ein Mensch, oder was? Ich? Ja. Ja, ja. Weg hinter dir. Guck mal, hier legt. Ich hab Bargeld gefunden. Ja, ja. Oh Mann, ich hab hier. Ne, walsch lieber. Ich probere, muss noch ne Kiste sein. Da ist noch ein Muni drin. Hast du die Kiste schon, ne? Naja, die Swindern 1 oben drüber. Klasse. Keine Platten am Start. Feindliche Drohne über uns. Gibt's doch gar nicht, ey. Da hab ich die Kiste doch noch gehört. Feindliche Drohne über uns. Ja, ich hab's doch aufgemacht eben. Ach so, du hast sie gehabt. Da fehlen trotzdem noch 600. Aber hab aber auch nüschen. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Wie geht das denn? Dann drehen wir dich mal zusammen auf dein... Ach so, Renni. Das darfst du doch nicht makeln. Ich dachte, der braucht ein bisschen. Nein, der war direkt unter 3. Der hat auch sein Ziel. So sieht's aus. Dadurch bin ich direkt. Ne. Aber jetzt ist alles total günstig. Jetzt hat man locker holen von mir. Ja, da hinten sind ja schon allein 3. Da sind 2, da sind 2. Links Level. Mhm. Ah ok, da sind schon 3 Stück allein, ja. Feindliche Drohne über uns. Ja, es geht da jetzt, wenn's denn gekommen. Feindliche Drohne über uns. 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 Vor dir, vor dir. Ah. Und dann rechts im Haus. Ich denk mal oben, das ist meine gewesen. Oh shit, hier sind ja 6, 6 Leute, ja. Vor mir. Was ist denn mit dem Rüftgeher? Oh Gott, wieder. Da ist einiges los hier bei mir, ja. Ja, dann spring weg. Ey, ich hab ja die eine scheiß Spitze wenigstens. Wo ist das denn oben anscheinend? Wo ist das denn oben? 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 Aufgang zieht da. Ey. Na die anderen müssen jetzt auch weiter. Ich glaub. Ich frag. Jetzt kommt Furchen. Oh nein. Äён. es ist weg nein will cloud die dreck sauer hier ist noch einer vor dir sind halt auch drei leute ja ich hab's gesehen feindliche drohne über uns da ist auch noch etwas los vor mir hier wäre auch noch einer alleine der feinde die los geht hier ist da oben im fenster ist eine links Ja, guck mal, der hat's schon wieder. Ja, aber da... Naja, ich hab's gesehen, ja. Ja, ich hab's drin. Neue Sicherheitszone gefunden! Ja, nicht drin. Ah, die ist ganz weit weg, okay. Ja, die hatte ich noch. Die ist noch allein, aber... Aber die ist jetzt auch weg. Die ist auch weg, man! Ja, jetzt ist nur noch... Ja, komm mal. Ja, ich hab's gefunden. Ich geh in die Richtung. Eins am Boden! Boah, Tillis! Scheiße! Vollkacke abgezippt, den Frunge! Ich hab' ihn gekillt, Gorn. Ich hab' ihn gekillt, Gorn. Ja. Das ist schon direkt alle hinter mir. Gut. Krass, die Drecksau. Die war aber flott, ey. Ja... Ich hab' ihn nicht... Ich hab' ihn nicht... Da oben ist ein Zombie hin. Da oben ist ein Zombie hin. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Der Shop ist raus, glaube ich, auch schon wieder. Jetzt ist der Lines. Das ist der einzige, der ziemlich nah am. Ja, das geht nicht mehr. Oh, Achtung. Oh, der hat der... Oh, der hat der... Oh, der hat der... Oh, der ist schon noch einer. Und gleich der nächste. Oh, der Sniper. Okay, super. Oh, der hat der... Ach du Ohrensohn. Hinten im Gart ist noch eins, das muss ich gleich dann frei werden. Oh, der ist auch so rein. und ich glaube voll in seinen schuss reingesteppt einmal noch und dann ich habe vorhin das mal das anstürmen mit dem juggernaut ja und es ist eigentlich so wie also einfach eine Multiplayer Map ganz normal und da gibt es einen juggernaut den muss man einnehmen in dem Sinne das ist wie so eine Versorgungskiste mit einem Team musst du das einnehmen der wo das einnimmt ist dann der juggernaut und dann gibt es halt einen Bereich wo in dem Sinne wie Hauptquartier wo du hin musst und musst es zerstören da ist dann irgendwie ich sag jetzt mal eine kleine so eine Säule und die musst du als Team dann kaputt machen das gegnerische Team muss den juggernaut töten und dann kommt wieder irgendwo ein juggernaut so eine Kiste muss dann wieder eingenommen werden und immer so weiter und das geht glaube ich bis 3 wer dreimal das Quartier getötet hat von der gegnerische Mannschaft hat gut ok ich kriege gar nicht hochverkehrs für mich ja wie viel ist das 6 gegen 6 oder ja ganz normal also 12 Leute insgesamt ausrüstung und waffen überprüfen Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht kriegst du auch ganz schön viele kills dann zusammen du ich ja echt sag ich hatte 29 kills ja krass ja aber ich bin aber auch 26 auf den Himmelach weil weil dadurch dass du ja keine Panzerung hast wenn der juggernaut 2 mal dich trifft bist du tot ja ja der rassiert direkt der Feind nähert sich und es war halt auch bei Nacht gut das war genug vorgeschlägt jetzt wird das ernst das ist das letzte lebende menschliche team gewinnt ich glaube ich muss gleich mal im stehenspiel meine arsch kann schon hinkommen ja ich bin ganz ehrlich so samstags wenn ich nichts zu tun habe also ich hab jetzt schon gepackt um 11 uhr vormittags habe ich angefangen und abends irgendwann um 2-3 uhr habe ich aufgehört ja krass das ist so geschäftig zwischendurch noch was gegessen ja vielleicht schon mal eine halbe stunde fernsehen oder so die ganze zeit die schiss ging eben in richtung richtung dir geworden oder weiß es nicht doch ich hab die schisskarte noch gesehen ich hab jetzt nichts abgekommen aber hier ist nichts drin ist gar nichts ich sag doch alle das wird immer mehr abgespeckt die scheiße hier hinten da muss wirklich ich hab jetzt nur ein dmr ich hab gar nichts ich wollte gerade sagen dmr ist ja noch gut noch eine pistole ich hab ein lmg in der grase gefunden ich hab ein scharfschützer gemerkt hier wenn jemand eine epische pistole haben will nichts besseres als epische pistolen oder legendäre hier unten ist eine kontakt oh ja bisschen weiter hinten ist auch noch sein kollege heute geht das ist mir zu weit da komme ich gar nicht hin mit meinem ja der eine ist k.o. wo 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 dann sag mir mal wo ja hier vorne da vorne da vorne ich geh rein wahrscheinlich noch bei der vorne das ist k.o. ok sehr gut mennes habe beide das gas breitet sich aus hat's platten many ja ja ich habe zwei ach so ja ok der hat eine weste gehabt bam alle schön mit der dmr k.o. gemacht und den anderen hab ich getötet hier ich habe nur mit meiner bazooka geschossen äh ich habe auch nur eine zugangskarte ok ist es ja so nebenbei mal eine zugangskarte aber ich glaube hier oben in dem bunker können wir nicht rein gell ich weiß es nicht den elfe weil der ist irgendwo hier wir sind in der zone war es nicht dass du jetzt mit der roten rein kannst ich weiß es nicht ach komm lass doch mal gucken ich weiß aber nicht ich weiß nicht genau wo er ist gell krass man ich war noch nie hier oben das sind ja keine richtigen häuser das sind einfach nur die krasse geschichte krasse geschichte war so eine salzen ding ja ja aber ist besser als die ak die ak streut übertrieben ja egal kommen dann gucken wir nach einem anderen weil jetzt suchen wir den und am ende können wir da nicht rein dann ist ob wir nicht ja ich habe selber einer ich habe auch eine und habe keine muni ich habe 24 ich habe noch 14 schuss ich habe 8 bist du ausgestattet ich wollte gerade zahre also da kann nichts mehr sieht gehen jetzt eigentlich ja wo ist denn dann der nächste hier oben ist doch eh mauenlasch mit ja warte dann lass zu matthias mal zurück gehen wenn der jetzt ja gerade am gucken ist ja in dem sinne mein military oder halt dieser sechser wieder ja ich geh rein ja das kannst du einfach probieren dann kannst du ja halt am rand weiter gehen ja und was sind denn diese zombies von dem alle reden ey die haben doch keine chance da ist denn der einzige kacke war meine dm hergose hat es im scheiß ziel verloren ja so wie an sein kacke aus alleine dann nicht sehen ja aber jedes kopfgeld nehmen wir nehmen damit und sehen wir noch ein bisschen was das ist eine kiste dran ich wollte gerade sagen kopfgeld ziel identifiziert bringt das schweiz ja dann lass uns weiter richtung bunker laufen er ist aber nicht mehr in der zogen wir probieren es jetzt einfach stimmt ja und die zone kommt glaub ich schon gas kommt jetzt ja der kreis schließt sich bringt euch in sicherheit wir könnten probieren mit dem auto da vorne hin zu fahren auf dann morgen besteht ein auto ich wollte gerade sagen komm scheiß drauf wir haben uns jetzt mehr kaputt als alles andere wir können aber theoretisch trotzdem hier oben erstmal bleiben können wir auch military ist natürlich wieder so hier ist halb viel open field da können es halb enden dann schießt doch schon einigen weg da ist es so angehört ich bin seht ihr mich ich bin viel zu weit weg von dir hat falls dunkel ist fast gar nicht siehst du mich bisschen mehr weil deine kleidung heller ist du liegst doch kannst du ja auch irgendwo ein blatt suchen und einfach stehen bleiben es gibt so viele dinge die dein ding sind zone laufen oder fliegen oder ruhig stehen bleiben irgendwo von bei mir links irgendwo da schießt eine mit der rite hast du keine herzschlag auftrag abbrechen wo die nächste zone hingeht das gas verbreitet schnell in die neue sicherheitszone das natürlich jetzt ein bisschen behindert ist jetzt ein bisschen behindert aha also was ging behinderte ok muss die klage noch probieren zu holen ja vielleicht liegt es auf dem b hier ist er hier ist er oh military base hier ist er hier ist er ja hier ist er 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 oben hier ist das Gas kommt schon dasceptor kommt schon da hat sich echt nach an glaube ich Ja, alles vor uns. 100% ist das in der Militär. Aufklärungsdaten gesichert. Gut gemacht. Wie der Meister es gesagt hat. Ja, das ist richtig viel. Und kaputt. Wart ihr das? Ja. Ich glaube zu Matthias mal alles gucken. Hey? Jawoll. Juggern auf. Nein, Military Base Dings. Habt ihr eben auch. Ja. Achso, krass. Ne, hab ich noch nicht. Das ist auch der Bauplan für die Waffe, gell, wo es da gibt. Military. Feindliche Drohne über uns. Also Herzschlag zeigt nichts. Ne, von mir auch nicht. Nein, lass uns aber dann hier so außen lang laufen. Ja, hat keiner probieren. Direkt in die Endzone rein. Das ist aber nicht die Endzone. Kommt dann noch. Neue Sicherheitszone wird markiert. Neue Sicherheitszone wird markiert. Neue Sicherheitszone wird markiert. Okay, alles gut. Da vorne kommt gerade einer runter. Der ist hinter dem Berg da runter gekommen. Also Richtung vorm Shop. Direkt vor uns war auch eben ein rot und pink. Da ist auch ein Zombie. Team ausgelöscht. Team ausgelöscht. Hier ist ein Zombie gerade runter gekommen. Der ist tot. Kommt noch einer. Sehr schön. Wo, 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 wo. Von hinten. Nein, nein, nein. Kümmert euch um die Gegner. Ja, tappen erstmal. Jetzt. Jetzt seid ihr bereit rein. Gut. Der eine ist gerade ein bisschen weiter hinten. Einer war da hinten dran. Habe ich jetzt aber nur angehittet. Lass weiterlaufen. Ja, vor uns wird aber auch geballert, gell. Zombie am Start irgendwo. Ja, vor uns. Ach, leck mich, Mann. Da vorne. Links davon war eben auch noch einer. Über mir, über mir wird geballert. Ach, ja, ist klar. Ja, von hinten, natürlich. Das ist so behindert. Oh nein, ich bin jetzt genau neben denen raus. Ey, wie dumm. Wie dumm, dass du da nichts machen kannst. Geht mir. Doch, wenn ich mal ein bisschen weit ins Gas fliege. Ja, aber nicht bin der am Runde fährt. Da kannst du keine Richtung ändern. Doch, kein bisschen geht es. Ich war ja, ich war ja nicht an der Zone. Ich bin ja ein Stück weit drinnen gelandet. Ich kann gar nicht mehr zurück. Achso, ich bin in die Zone dringend. Ja, also ich bin im Gas. Ich bin auch direkt im Gas gelandet eigentlich. Ja, aber es sind so viele Leute hier. Ja, guck dir das doch mal an, Alter. Wenn du jetzt siehst auf eure Karte. Ihr seht ihr jetzt alle Gegner, wenn ihr eure Karte eröffnet. Drück nochmal X, drück nochmal X, Gordon. Hier links ist doch einer. Ja, nee, links von dir ist einer. Hinter dir. Ja, ja, ich hab mal gesehen. Im Gas. Da war auch noch einer. Der hat beide, der hat beide geholt noch. Ja? Ja. Ich bin gleichzeitig mit dem Pulsum gestorben. Ich hab ihn totgeschlagen. Und der hat mich getötet. Gleichzeitig. Oh mein Gott. Was, eine Hurenkacke. Oh, komm mal. Ich hab zurück zu Staub. Okay. Ich hab zurück zu Staub. Ja, hab ich ja auch. Ich guck grad, was die Isho für eine ist. Ich guck grad, was die Isho für eine ist. Das ist die Oden. Die Oden als Bauplan. Das ist ein Sturmgewehr da. Ja. Was ist denn das für eine Waffe, wo du da gewinnen kannst? Wo steht denn da, was das für eine Waffe ist? Kürbisknüppler. Ja. Ja. Keine Ahnung. Hab ich mich auch schon gefragt, wie wurde es rauskriegt. Ja, wenn du die alle hast, da kriegst du ja die Waffe. Den Kürbisknüppler. Ja. Wo siehst du? Ich glaub, das dürfte eine Scar vielleicht sein. Äh, Sturmgewehr Juliet. Warte, ich guck mal. Ja, Sturmgewehr, stimmt. Juliet, kenn ich gar nicht, oder? Sturmgewehr. Sagt mir auch überhaupt nichts. Hä? Juliet, äh, das ist die Grau. Ah, okay. Okay. Ja. Brauch ich nicht. Äh, ich hab auch Sturmgewehr Grau. Ja, aber es hat, äh. Juliet ist. Weil es halt, äh, schwul ist. Ja, die haben doch alle so ein Bezeichnis. Sturmgewehr, Bravo, so ein Kram. Alpha. Ausrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Ja. Run over. Ach, ist ja hell, ja. Krass ist immer. Der Feind ist. Ist ja hell, ist ja eh was. Ja, aber ich hab mich... Ich hab mich voll in das Dunkel gewöhnt mittlerweile, ja. Wie gern, du hast einen Nazi-Sturm. Hä? Hä, hä, hä. Ja, weil es auch ein Gas zu mal holst, verhebt haben, dachte ich noch, okay. Ist ja echt dunkel, aber... Okay, aber das ist noch kaum noch auf. Ja. Der Feind nähert sich. Gut, das war genug vorgeplänkelt. Jetzt wird das ernst. Ein Haftmittel ist eine Lupe, ist alles auch mittig, aber es ist gerade gut. Mir egal. Gehen wir runter, oder? Ach, tschüss. Guck jetzt hier, beim normalen kannst du es doch nicht, Matthias. Die Kürbis-Süßigkeiten sammeln. Ja, beim normalen 3er geht es nicht, das weiß ich. Es gibt aber kein anderes 3er mehr, außer den Zombie. Jajaja, aber im 2er und im 1er glaub ich trotzdem. Was ist das denn für die Scheiße? Wir sind in den richtigen Häusern, wo ich doch gepinkt hab. Jaja. Hier ist kein Händler. Ich komme ja doch danach auch noch hin. Ich geh jetzt eh wieder hier hin. Ja. Ja, auch dann irgendwie auch. Das ist das komplette Geld für den Job. Viele sind markiert! Ab die Arbeit! Ich hab selbst wiederbelebt. Ich hab selbst wiederbelebt. Ich hab selbst wiederbelebt. Ja. Ja. Nimm sie dir einfach. Nimm sie dir doch einfach! Bin schon. Habe ich da schon jemand laufen sehen eben? Ja, da läuft jemand. Standort markiert. Ausdruck! Ist der rein oder rausgelaufen? Der ist einfach nur da rumgelaufen. Zwischen den Häusern praktisch hab ich den gesehen, weißt du? Ja, die Tür ist auf hier von dem Kleinen. Ja, die Tür ist auf hier von dem Kleinen. Die Tür ist wieder zu? Ja. 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 Wenn er das war. Weiß ich nicht, wie ist es aber weggespielt. Nee, ist gar nichts mehr. Der krasst alles ab. Ähm. Und wenn wir hier sind ohne über uns gehen. Nee, ist gar nichts mehr. Nee, ist lass uns doch gucken nach dem. Ich bin sonst ja nichts, dass der uns jetzt alles wegrast. Ich weiß halt nicht, ob er alleine war oder ob es mehrere waren. Ja, da wird schon raus. Da steht's doch. Ob ich drauf? Auch hinter dem scheiß Stein hier nochmal, glaub ich. Mhm. Von rechts im Haus ist auch einer. Wir haben ihn eingesetzt. Da ist rechts im Haus. Da ist noch einer irgendwo. Hinter uns oder so. Ich hab keine... Pistolen mehr. Weckst doch, Arsch. Alter. Fick doch deine Mutter, Alter. Fick doch deine Mutter, Alter. Was war das jetzt? Mit einem Fuß hat er ins Alt reingekriegen, oder? Das ist der Grobe. Das ist der Grobe. Da mich hat er mit der Pumpe geholt. Mit seiner Zweitwaffe. Ich bin nächster runter dran. Ich bin nicht bereit. Du bist als nächster Mann. Ich bin durch meine Mitte zum Gucken. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Da bist du. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Ist recht. Kommt direkt gelaufen. Der läuft recht schnell. Ja. Ich will Steinewerfer. Dein Teammitglied wird wieder eingesetzt. Bereithalten. Ich hab gedacht, ich werde beschossen, ne? Kontakt! Teammitglied kehrt ins Einsatzgebiet zurück. Okay, bestätigt. Ein Schild. Im Kuraz. Was? Ehrlich? Hab schon nie gesehen. Ja. Wie behindert ist das? Wollen wir hier hin? Ja, ich geh rein. Ja, die auch. Gehen wir mal gucken. Schiff. Wo war das Dach erstmal? Da wurde ihm gerade einer geholt. Ja. Oh ja. Er ist jetzt gerade zwischen. Schön. jetzt kommt nach oben weil er ist jetzt wieder da ist irgendwo gerade die tür aufgegangen ok hast du eine waffe warst du jetzt ja die lachen hier oben hast okay dann mache ich jetzt auch mal kurz die tür auf weil ich habe nicht er kommt dann das runter gehen auch dann ist das schon mal irgendwas wenigstens haben die es gar nicht so Ok. Pass auf die Com Card. Manny, wo lösst du hin? Fem hoch, ja. Ja, die können auch jetzt von oben kommen, weil die Matthias eben gerade getötet haben. Ja, ich wollte mir halt eine Waffe holen, da unten eben. Ja, dann auf, dann sag doch nur, was du machen willst. Ja, ich glaub, die sind noch über euch. Ja, toll, da hat auch nur der mehr. Ja. Was für du sagst und das? Links, wir können auch von links kommen. Gott, ey. Nur Raketenwebbel. Ja, du Schiedsampfer. Ja, so ne scheiß DMR, ey. Ja, lass sie einfach mal weg. Oh ja, Raketenwebbel. Lauf weiter. Ja. Da war er. Auf dich hat er gezielt. Ja. Ah, dann ist der andere nämlich runtergekommen. Wär hu-end-sohn, oder? Achso, nein. Weg, weg. Hammer. Ja. Ich geh grad mal auf den Klo. Jupp. Jahr. Wann startet eigentlich die nächste Runde, Gordon? Welche nächste Runde? Ja, von der Show. von meiner gb mank gönnt show ach die müssen wir bald machen weil ich habe mein geld aber weg war mir jetzt nicht böse gemeint aber es war mir klar zu 1 2 euro habe ich mir jetzt bei dir schon gefallen dass er mit zehn euro ist schon krass krass hätte ich jetzt nicht gedacht ich habe gedacht da rabbel da jetzt wird das ernst ist es wieder da ach ja kommt war mir schon lange nicht mehr oder spätestens nächste woche gut ich habe gehört dass matthew kävel auch mitmachen die die große show geben wir mal ein gönnt show es wird alles zu stark geteilt sehr gut muss nur klarstellen die gehen hier oder da ich gehe rein oder ist jemand und scherz ist dass sie alle alle wenn ich wahrscheinlich schon wo war ich schon also oben allerdings hier haben wir schon also hier in dem haus hat gleich eine zone also hier in dem haus hier war eine flacke gewesen ja da kommt auch schon ein helikopter halte ich gesehen ja aber was soll ich machen zwei stück sind ich weiß nicht ob es dritte gab aber die bedrohung ist größer lasst uns mit dem heli auf kommt schnell die sind da das war jetzt klasse ich habe eine munich ist ich habe auch sehr viel munition das bleibt irgendwann wie ist es oder wenn du da da geht in der fassung groß lassen sie oben drauf erst mal ich bin runtergeflogen ist nicht dein ernst ein stockwerk ja aber du kommst jetzt nicht mehr hoch und unten kannst du holt werden das ist gut und sieben stimmert ist sogar noch money wir wurden auf jeden fall abgeschossen ich glaube dass wir so lange aufbleiben können das schießt auch irgendjemand jetzt schon her dann lasst uns hier neben dran das auto nehmen und erst mal weg fahren vom military ich habe aber das ist ja diesmal ich war ich gebe weg fängt mal irgendwas an bitte ich finde ich war nicht so raus und raus und raus und raus ich hol gerade mal platten oder habt ihr nur heute übrig ich kann warte mal warte mal warte mal nein wir können doch mal blowout machen ich habe so viel munition was brauchst du ich habe aber auch keine money dein einsatz war gut aber umsonst wie immer ich bin halt eben mit mp karten ich hatte was machst du denn geht von hier oben ein sniper irgendwo da steht er doch ok und ich wurde von irgendeinem abgeschossen texte hat mir eben fast gehabt da ist auch dass das auch oben drauf der heli ist aufgelandet von der anderen seite lassen wir gucken doch gucken gehen eingesehen der ist jetzt unten rein können dann auch eine andere seite kommen ja das guckte matthias und ich schon das kann auch sein aber jetzt ich höre die auch bei mir als noch ja einer ist noch unter uns jetzt gewinnen nee der fall zeigt nach unten siehst du was nee der heli kommt bitte komm hierher ich hab termit du und so jetzt guckt trotzdem noch einer nach unten hier der eine kabel darum matthias warum haust du ab das war zu viel leben bei mir schmacher platten rein dann wäre es gar kein problem mein plätzchen war super habt ihr die beiden eben bekommen ein nur der wo du schon down gemacht hat ist der andere ist abgehauen kann natürlich auch über uns sein ich hab noch mal ne munichkiste ok ich bin halt voll jetzt ich bin halt voll jetzt ein eingee kein das ist nur das täuschgerät das kann nicht einmal dran auf die andere seite ok der kreis schließt sich bringt euch in sicherheit wir müssen eklisch weiter matthias dann kommen wir kommen lang und hol den gott noch auf dem weg hast der body broke hatte sich doch geholt der kampf hat das ist ich kacke das ist als nächstes dran was soll ich dir sein name aber master rana machte alle wenn du hier gewinnt sind drin ich habe nicht gesehen ich habe durch die scheiß war es nicht gesehen dass der sich gedruckt hat der holen so ach was ein scheiß diese scheiß maschinengewehr du siehst einfach nichts mit dem damit an wie sie eine runde machen wenn er es heute muss ich mal wieder um frau kümmern die fühlt sich vernachlässigt kann aber auch nicht so für das schon mit singen wenn er spiele zu menschleid nein ganz bestimmt nicht überlegt ihr euch mal was das einzige was aber überlegen wir noch die jetzt ob ich noch gucke ob ich noch mal so cranberry alge bekommen ja die neue hopf ist hauer camp gibt ja neue alge weil nachdem wir gorn so letzte woche so abgepumpt hat er meine alge es haben aber noch alge bei dirke ja hier ist noch was ich glaube die ist noch voll an die einhaber davon getrunken stimmt stimmt das steht dann hier bei mir ja ja der kopf ist weg und noch ein schluck mehr es gab zwei aber noch er hat die gekämpft ihr schwein ok ja tschuldigung community beste sendung überhaupt kennt ihr oder das kann nicht sein ich wechsle öfters meine t-shirts am tag ich habe alle keine chance die waffe ist eigentlich wirklich nicht verkehrt für eine pistole zwei schusses jetzt wird es ernst wenn seit gut riefst nicht wenn sie am fuß oder so trist aber ja und habe ich eben schon in der runde ein und die bin ich sind das sieht doch nach einem guten landeplatz aus oder oder wollen wir wieder hinten hin das sieht doch nach einem guten landeplatz aus oder das war da gott kannst du eigentlich blau erkennen jetzt schon klar naja ich frage nur weil das ja rot und grün zusammen ist deswegen frage ich halt manchmal denke ich als lila in der farbe und wird auch grün sein ok es war jetzt aber nur eine frage auf deine behinderungen so wird so viel zu dem thema goldene waffe ich spring gerade mal hier rüber ich geh rein So, ist halt einer hier eine Tür aufgemacht? Ja, okay. Ich habe jetzt gerade totbestimmt, er ist schon totbestimmt, kannst du damit überhaupt nicht, ich habe das glaube ich noch nie benutzt, ich glaube nicht, gehen wir ja wieder hoch oder? Ja, komm mir auf. Also wir können auch loadout holen, ah es ist kein Toppie oder was? Oh, krass, wenn ich schnell. Ja, der nächste, wollen wir noch da hin, erstmal laufen und da wir jetzt zurück. Ich brauche jetzt Moni, ich bin noch kurz runtergucken gehen. Ja, es geht ja, wir brauchen ja einen Shop für uns, gerade im Auto. Ja, ich fahre gerade mit dem Gordon, äh ne, ist aber auch scheiße. Das Gas breitet sich aus. Ja, danke, das sehen wir zum Lauf. Ich gebe Deckung. Hier. Wo ist der? Reicht ja schon kurz nicht, ne? Ja, ich kaufe noch eine Drohne. Ich kaufe noch eine Drohne. Mach das. Ausrüstung. Hier hebe ich aber noch kurz auf, ne? Ich fahre, los geht's. Das hier ist optimal in der Zone noch. Ja, ich fahre mit. Ja, ich wäre jetzt hingelaufen, dann schon zu fahren. Ah, was? Wir parken selber da, wo es davor gestanden hat und gut ist. Feindliche Drohne über uns. Bam. Geh nochmal, ich geh rein. Du hast jetzt noch eine Drohne geholt, Gordon. Ja. Sehr gut. Wolltest du schon? Ja, ja, das hier ist es, ja. Ne, ne, ob ich schon anmachen soll. Ach so, ne, warte ruhig noch ein bisschen. Ach, das ist ja nicht geil. Hast du die Tür zugemacht? Ne, dann machierst du noch eine. Ja, aber der geht bestimmt durch die andere Tür. Ja, weiß. Was? Ich hab fünf Reservo-Trat. Ne, ich hab jetzt auch vier. Ich hab eben nochmal geflogen. Das ist gut. Habt ihr beide Türen zugemacht? Ja. Ja. Ja, ja, beide Türen haben wir zugemacht, ja. Unser eine war schon zu. Ja, eine haben wir ja gar nicht geöffnet. Die Lüne liegt bei beiden. Aber wenn du willst, kannst du sie jetzt eigentlich reinhauen. Aufkommt. Müssen wir ja auch. Ne, bei uns ist... Da ist ein Auto. Ne, die sind weitergefahren. Ja. Da sind zwei Autos. Meidliches Fahrzeug. Waren sie das Gegenseitig tot. Wir haben da hinten Kater einen wieder geholt. Tja, jetzt bräuchten wir es weiter. Ich hab meine... Angetroffen. Nein, ich hab meine Sniper ja vergessen. Waren sie auf den Autos. Jetzt zu Raketenwerfern einfach das Autos ausmachen, ne? Der ist auch gerade eingestiegen, beide. Ey, ich muss meine Muni jetzt fahren, ne? Ja, theoretisch, hier kannst du ja, in dem Haus kannst du Muni aufhören. Habt ihr beide, habt ihr beide Dings, ihr habt ihr beide keinen Sniper jetzt? Ja. Habt ihr Muni? Der Sniper? Ja. Ja, hier. Ganz ehrlich, dann geh ich kurz Munition auffüllen, ne? Ja, dann macht das. Komm, dann geh ich, dann gehen wir die Backup. Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Ist auch nur einer. Unten, unten, nicht. Okay. Ja, ja. Ich bin nur oben rein. Das Gas verbreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Okay, jetzt hast du mal zum Loadout. Okay. Hat dein Sniper Geist drin? Ja. Gut. Das bin ich, Achtung! Da ist jemand oben! Ich kann auch das Ding da irgendwo hinstellen. Da liegt was vor der Tür. Ach, ey, komm schon, Mann! Die Runde ist schon wieder für den Arsch! Ja, geil. Ja. Liegt was vor der andere Tür? Ja, ich hab auf einen Termin gelegt, aber nicht du. Ja, okay. Ich hab ihn nur gefragt. Oh! Gott, dann hat er die Totenstille verloren. Ja. Kann ich eigentlich gleich wiederholen, aber das ist nicht schlimm, ne? Ich hab sie schon. Dafür hab ich jetzt nur Band. Ich dachte eigentlich, ich kann die noch nie vor die Tür stellen, aber das geht nicht. Ach so! Was ist das Ding da drin? Was ist das Ding da drin? Wappel ist. Geht nicht. Hey, du kannst noch mal eine Schaffung mal kreffen, ne? Ja, ich hab 40. Warte, ich nehme. Ach so, warte, ja. Warte, ich nehme. Warte, ja. Warte, ich nehme. Das ist deine Waffe. Oh, meine du bist der geilste. Oh, hier ist eine Krone. Kontakt! Nein, die ist. Die ist im Haus. In dem Haus da hinten. Ich hab sie auch schon mal versteckt, wo sie da drin gespielt hat. Iii, Camper! Anderste gewinnst du die Scheiße auch nicht mehr. Wenn die ganze fixen Albers, ja. Ich hab hier einen Händler, falls ihr Vorräte braucht. Ja, der ist schon am Fenster. Das wär ja auch dumm. Das ist ein extrem motiviert, wenn sie nicht gewesen wären. Der meistens ist mir dann der Unwärter. Der ja, statt einem Weltklasse Musiker, wenn ich es nicht dabei war, ein feindliches Team verfolgt deine Position. Okay. Das ist eigentlich sau oft so, wenn du irgendwo bist und irgendwo gut stehst, dann kommt die Scheiße zu dir. Ping an. Die Entgabe. Ah, vergiss dich. Ja. Eine Karte. Wo? Body broke. Ich... Ja, hier hinten an der Mauer. Zieh ihr gesichtet! Jetzt, jetzt hauen sie alle ab. Ich haben nun mal getroffen. nicht ganz aber bringt nichts mehr zu abzuschießen das ist nur verschwendung weil die werden wie die ganze zeit wieder gold ist gut ja warum was ist so ruhig da bist die kann ich gewohnt eigentlich habe es gesprochen aber das mikro ausgemacht morgen 17 uhr call of duty alexa krass die alexa macht echt alles die altruhe also die tür wo du jetzt gerade bist geworden habe ich wenn da jemand kommen sollte ja hast du einfach das haben sie eben mal weiter das ist ja ein schwuler jaggernaut das kann einfach nicht den ihr ernst sein das geht einfach nicht ganz ehrlich es kann einfach nicht den ihr ernst sein dass sowas also das gas weitet sich aus sich ohne verlegt er kommt darauf an wenn die zogen hier so in der zimmer hat scheiß in der zone das gibt es für uns rechts oder links rüber ich denke mal das wird da oben weil da hat doch heli ich springe auch der heli ist explodiert anderes tot aber wie geil der heli ist eben in der luft explodiert der war zu uns ausgesprungen ist tot was geht ab hier unten ist eine ja hier ist dann boden schon wieder hinten am shop verstanden und holt einen ja ist jetzt ins haus rein scheiße der ist voll am benzer hängen zu spät gesehen da kommt sein kollege irgendwo wird hier auch gesnipet aufpassen hier auf dem fenster ist ja markierung bereit bewegung frei nein hier am plan der anderen oder dasselbe keine ahnung egal naja die laufen jetzt weg kontakt kontakt ich kenne nichts irgendwas so klasse schlager am besten für diesen scheiß juggernaut weil kommt gleich nämlich hier lang hoffentlich stirbt der vorher weil er gerade an so einem an einem an einem felsen ist aber das wäre so geil er hat schon fast geschafft horis kontakt ja hat es geschafft Schade, schade, schade. Guckt einer bei euch auch auf die Tür? Ich stehe direkt an der Tür. Okay. Das ist aber nicht so gut, Wolf. Da liegt ja die Mine. Nein, dass du da auch ein bisschen schade bekommst. 6 Meter. Hä? Unter uns irgendwo. Aber so zwischen uns, Kai. 13 Meter, ja. Okay. Ich will jemanden laufen. Ich gehe jetzt mal weiter von der Mine weg. 11 Meter. Ja, da kommt ich schon mal mehr. Ja. Bei uns an der Tür. Das Glas leitet sich aus. Das Sicherheitszone verlegt. Komplett tot, oder? Nee, der war erst K.O. Okay. 15 Meter, 14 Meter. Du, wie der gleich eine hochkommt. Nein, ich habe keine Dings. Keine, keine. Ich werde beschossen. Achtung, ich muss Platten nachlegen. Oh, Leute. Du bist da. Elkanate. Da ist noch einer hier. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bin, konzentrier dich. Kürbisknüppler, ja. Ficker. Ich hatte wieder das Problem, ja. Ich konnte mich nicht entscheiden, wie ich davon nehme, ja. Das ist immer richtig scheiße, ja. Der ist hinten links. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Der ist aber weitergelaufen. Nee, der ist immer noch hier hinten bei sich links. Warte, warte, warte. Der geht hinten rechts. Ich sehe ihn nicht mehr. Doch, der ist immer noch hinten rechts. Ganz hinten rechts ist er. Oh, und ich muss das leichte Maschinengewehr wieder... Äh, ich muss das leichte Maschinengewehr nehmen. Ja, gib ein Juggernaut. Ist klar. Direkt überleben, ja. Ja, das hat Essen zwei... 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 Boom. Kann das auch sein, dass die da auch noch mal auf dem Dach sind. Ja, klar. Ja, aufs Dach würde ich jetzt nicht mehr gehen. Nee, nee, jetzt aufs Dach. Ein gutes Bild. Dann war das tot, ne? Krass. Ja, aber der Juggernaut ist wirklich tot. Hier ist eine. Hier entlang. Kontakt, hier entlang. Also, ich gehe jetzt zum Lothar-Tronner. Ja, vergescht es. Ja, das, ja. Ja, was willst du denn noch nichts machen? Da, direkt ab in die Häuser. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird völlig. Ah, von hinten. Achtung. Von hinten. Keine Angst. Ja, von da irgendwo hinten. Ja, guck zum. Ab hier rein, oder? Da. Ausdruck. Ja, wir schießen aus dem Haus. Ja. Ey. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe keine Platten. Ich habe nur irgendwo Snipern gesehen. Ich habe nur irgendwo Snipern gesehen. Ich habe nur zwei oder drei Stück. Sie müssen, die anderen zwei müssen ja jetzt gleich runterkommen. Äh, 33 Meter. Stimmt, jetzt habe ich auch. Ja, die sind da. Ja, das sind immer noch die. Ja, jetzt kommen wir näher. Nee, 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 nee. Komm, da ist irgendwo noch einer, der war nicht direkt ab. Ja, aber Jan, das ist meine letzte Runde. Ja, aus 39 Metern 220, äh, 202, 35 Meter. Das Gas weitert sich aus, Sicherheitszone verlegt. 24 Meter, der kommt näher. 26, der kommt bei mir gleich rein. Er müsste direkt hier hinter den Autos irgendwo stehen, ne? Weißt du, wo der ist? Oben drauf, guck mal. Siehst du das? Ich rücke mal da hin. Da oben. Wenn du hier rüberkommst, siehst du das? Ja, ich sehe seine Füße durchgucken. Ja, ich auch. Der ist oben auf dem Dach, der guckt vom... Die Zone kommt. Das Gas kommt! Wird ja wissen, ob ich ihn da jetzt abschießen kann. Nee. Die Zone kommt trotzdem. Der Kreis schließt sich, bringt euch in Sicherheit. Ist du die Kanade geworfen, ne? Nein. Ja. Wie schwer das? Man kann abschießen. Krass, ne? Er wird aber auch was fallen, ne? Ja. Ich würde sagen, die Zone kommt. Matthias, kann nicht drüber. Links, 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 links. Nein, rechts, 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 Manny! Wo guckst du denn hin? Ich will ihn dann geholt. Na, warte. Der kann doch gar nicht mehr geholt werden. Hinter dir. Da. Von links jetzt. Jetzt hinter dir. Jetzt links. Und... Ja, du hast dich auch die ganze Zeit umgedreht. Nur nicht in die Richtung, wo ich gesagt hab. Ich dachte, als du meinst, äh... Wo die Matthias. Oh, weißt du? Nein. Er gibt's. Gutes Geld. Alles klar, Manny. Jawohl. Leute, das war euer Agilos, das ist VDA. Schön follow da lassen und ihr wisst, locker bleiben. Nein. Nein. Ja, es war ein, ich weiß euch nicht. Na, nein. Schönen. Ja, nein. Ich meine die Jaunend группen. Ja, ich weiß nicht, was ich nicht, was ich nicht. Ich kann das, was ich jetzt nicht. Ich kann das, was ich mich nicht. Ich kann das, was ich nicht. Jungs nicht. Ich aber das, was ich nicht. Ja, ich bin. Vielen Dank.